jetzt ist es soweit das video ist jetzt weltweit gesperrt könnt ihr leider nicht mehr angucken ich werde es dann entfernen damit die einnahmen wieder ein bisschen höher werden tja ich weiß das darf man eigentlich überhaupt gar nicht machen da gibt es bei youtube irgendeine regel ich mache das trotzdem mir ist alles scheißegal ist vorbei hier seht ihr es am 26 im 24 habe ich es hochgeladen und dann sind nach und nach immer mehr sperren auf das video gekommen und jetzt bin ich hier runter gesetzt wurden also die hälfte ist es ungefähr was ich jetzt noch verdiene aber dadurch ich erinnere was über 50 prozent krieg und der rest direkt nach aniland oder was weiß ich auf welche kunden das geht ich will es eigentlich gar nicht wissen ich habe die youtube plattform genommen weil man damit die meisten leute erreicht dass man damit in kohle verdienen kann das können ganz spezielle leute machen kommt ihr jetzt auch so langsam raus ich will da niemand persönlich ansprechen komischerweise es genau zu dem zeitpunkt gesperrt wurden als da 1 pg endlich eingesehen hat dass die ganze rechnung der fliehkraft der erde dass das schon etwas komisch ist vor zwei wochen hat er dann noch naja gut was kommt jetzt eigentlich an moment ich suche euch mal die die sachen raus aus die ankommt genau jawohl hier haben wir es doch ne genau moment 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 kugelerde gerade ja weil die südpolarsonne niemand die bankt genau da habe ich gesagt dass ich noch an die kugelerde glaube weil es ja die südpolarsonne angeblich noch gibt ne so dann habe ich aber mal die fliehkraft rechnung aufgestellt ne im verhältnis der gravitation und ich habe hier zwar mit 80 kg gerechnet ihr könnt ja mit 100 kg rechnen und dadurch ich hier mit gramm gerechnet habe anstatt mit kilogramm komme ich auf 3188 newton in wirklichkeit sind es nur drei newton die in 80 kg körper am äquator leichter ist und drei newton sind auch 300 gramm so leute also wenn ihr die möglichkeit haben solltet fahrt mal in die nähe vom nordpol wiegt da mal eine definierte masse von 100 kg und dann fahrt mal bitte zum äquator und wiegt dort dieselbe masse noch mal mit derselben waage das werde mich jetzt erst mal am meisten interessieren ob das dann am äquator wirklich 300 gramm leichter ist bei 100 kilo und gut bei einer tonne möchte man ja gar nicht darüber reden ok das war es schon mal wieder viel spaß beim nachdenken so so so